Hallo, hier ist Ash von Ash5. Und gerade eben hatte ich ein Fußballturnier. Da sind wir dritter Platz geworden. Da war auch noch der Eismann. Ich habe ein Eis gegessen und so. Und dann kann man da noch was trinken. Da waren noch Nachis. Und da habe ich mit ein paar Kindern Fußball gespielt. Also ein Fußballturnier. Aber wir sind leider dritter geworden. Und das ist jetzt schon langsam Abendbrotzeit. Und ich habe echt voll Hunger. Und was ich weiß nicht... Ja, hier sind da vorne Wurst. Aber Würstchen, die essen die bestimmt noch hier morgen. Und Spinatbrot. Ich mag Spinat. Was ist denn hier drin? Kartoffeln. Nee. Hier ist Brot und Knäckebrot und Honig und so. Nee, das möchte ich auch nicht. Ich möchte... Da vorne ist Müsli. Nee, das möchte ich auch nicht. Das Kühlschrank. Was? Nein. Ich könnte mir jetzt Kräuterbaguette in den Ofen schieben. Und das essen. Aber nee, lieber nicht. Ich habe... Irgendjetzt gleich. Ich habe Lust. Ich habe richtig Hunger auf Pommes. Ich gehe jetzt auf so ein Kinder-Menü. Und eine Pommes und schicke eine Knackes und noch ein Getränk und so. Ja, das mache ich. Und da fahre ich jetzt auch schon mal los. Zu meinem Lieblings-McDonalds. So, ich bin jetzt bei McDonalds und dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt rein. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich mal an. Also, ich glaube, ich einfach ein Verbesser-Ich. Ich weiß gar nicht, was ich von dir nehmen soll. Ich glaube, ich würde so einen Ming-Gen oder so nehmen. Ich möchte so ein Kinder-Menü. Kinder-Menü, ja. Was kommt dann da rein? Hamburger, Cheeseburger, Chicken McNuggets? Also, mit den ich einfach und verbessere mich. Aber haben wir mitessen Hamburger, Cheeseburger oder Chicken McNuggets? Ähm, ich nehme ein Chicken McNuggets mit Pommes und Ketchup. Pommes, Ketchup und Nuggetsoße. Also, Chicken McNuggetsoße, so sauer oder? Nur Ketchup. Okay, und dann haben wir noch ein Getränk? Getränk wie Milch-Fanta. So, Fanta. Apfeltüte haben wir da oder Bruchquetschi haben wir da? Ähm? Apfeltüte, Bruchquetschi. Äh, davon gar nichts. Wieso gar nichts? Haben wir noch Eis? Also, Füße-Eis? Ja, oder so Füße-Malaküje-Eis? Äh, nein, danke. Okay, gar nichts. Und das Spielzeug, wir werden noch ein bisschen hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder das Blut? Ich nehme... Das. Die kommt erst später. Die haben etwa diese hier und wenn die mehr sind, kommen dann die wieder. Also nur die andere, oder? Oder das Buch? Den. Die Nummer vier, ne? 390. Nach vier Euro, ne? Sehr schön. Möchtest du das mitnehmen oder hier essen? Hä? Okay, dann einpacken, musst du mitnehmen oder musst du das hier essen? Muss ich mitnehmen. So, und jetzt habe ich hier mein Essen. Ich muss aufpassen, dass mir das Strohhalm nicht wegfällt. Ich fange jetzt erst hier auf. Oh, es ist echt windig hier. Hier habe ich die Minion vor. Die fange ich erst nach dem Essen aus. Hier schicken wir die Nuggets. Und die Pommes sind hier auch drin. Hier habe ich Ketchup. Hier habe ich einfach zwei Mal Ketchup reingekommen. Hä? Wo ist das? Da. Nochmal Ketchup. Hier ist alles drauf. Das werde ich mal... Oh, yo. Das wäre jetzt mal kurz heftig. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Dann zeige ich auch die Minifigur. Bis gleich. So, und jetzt fange ich die Figur aus. Hier. Hier kann man die Haare auch schon drehen. Und hier hinten ist noch so ein Drehrad. Das drehe ich mal an. Oh, Falko. Das kann... 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 Das macht ja doch nicht so viel. Hä? Man muss da eigentlich... Guck mal. Hier ist so ein Drehrad. Und da muss man eigentlich dran drehen. Und... Nee. Da funktioniert nichts. Andersrum. Hier hinten zieht man den auf. Und dann drückt man hier rauf. Und dann... Und dann... Den kann er nicht. Vielleicht kann er auf den Bauch... Ja, ich ziehe ihn mir auf. Den nehme ich ihn mal auf den Bauch. Jetzt weiß ich es. Er robbt sich so ein bisschen voran. Wisst du? Wie? Dann ziehe ich alles wieder rein. Jetzt gehe ich alles mal wieder. Jetzt ziehe ich mal weiter auf. Sief. So. Dann lege ich ihn auf den Bauch. Ja. Und ziehe ihn runter. Dann versuch ich es jetzt noch mal. Aha, er ruppt sich so auf den Bauch, hin und her. Vielleicht kann er ja im Wasser schwimmen oder so. Das rupiere ich zu Hause aus, aber jetzt gehe ich erst mal auf die Rutsche. Gehe ich mal da hier rein. Okay, anscheinend kann man hier schon mal höher gehen. Kann man noch höher gehen? Jo, hier sieht man noch alles. Krass. Noch höher? Sag mal, wie hoch geht's noch? Noch höher? Bin ich im freundlichen Raum? Au! Ich stöße mit dem Kopf. Noch höher. Wie hoch soll ich noch gehen? Zu langsam ziehen für mich. So, hier ist eine Rutsche. Ja, rutsche ich. So, dann bin ich jetzt runtergerutscht. So, dann fahre ich jetzt mit dem Roller nach Hause und dann mache ich den Wassertest. So, jetzt fahre ich jetzt ab nach Hause und los geht's. Hui. Gehe ich rein. Oh, die Stufen hochheben. So. Schuhe aus. Ich werde jetzt mal so eine Bedienungsanleitung. Alle Sachen, die es gibt, sind hier drauf. Habe ich mir selber noch gar nicht so angeguckt. Da steht, man muss den hin und her werfen. Ich bin gerade ja gerade allein. So, dann mache ich das so ein wie die andere einfach. Und dann soll das wahrscheinlich als Timer darstellen, das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Mal habe ich geschafft, den hin und her zu werfen. Wonach sieht das hier aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Jetzt wollte ich den mal ins Wasser legen, nehme ich mir einfach so eine Tupper-Schüssel. So, jetzt habe ich sie. Ich stelle sie da hin. Aber erstmal muss man natürlich Wasser rein, sonst, naja, man muss ja schwimmen. Und aus. So, dann hole ich jetzt mal die Minion. So, drehe ich den mal wieder auf. Lege ich den mal ins Wasser. Hey, krass. Das ganze Wasser vibriert zusammen. Guck mal. Ich mache das jetzt so, ich lege den dann da rein. Ist da falsch rum. So. Guck mal, das vibriert zusammen. Ein bisschen. Und jetzt würde ich sagen, das war mein Video. Von McDonalds und von den Minion. Hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Links und rechts seht ihr noch zwei tolle Videos. Und dann würde ich sagen, das war mein Video. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.